Die Botschaft von Problemen mit Eierstöcken erkennen und verstehen. Darüber geht es in diesem Video. Die Eierstöcke dienen der Fortpflanzung des Menschen. Voraussetzung hierfür ist körperlicher Kontakt zu einem Partner. Die Bereitschaft, den anderen ganz in sich aufzunehmen, um gemeinsam etwas Neues werden zu lassen. Das Ergebnis dieses intimen Kontaktes soll dann nach einer Zeit der Reife geboren werden, also von innen nach außen gebracht werden. Probleme mit den Eierstöcken zeigen immer, dass der körperliche Kontakt zu einem Partner gestört ist, dass eine unzureichende Bereitschaft, den anderen ganz in sich aufzunehmen, vorhanden ist und gemeinsam etwas Neues werden zu lassen. Es zeigt auch, dass man sich nicht genug äußern kann, dass die Schwierigkeiten nicht zum Ausdruck kommen. Die Aufgabe ist hier eindeutig. Die Einheit ist wiederherzustellen, die Fähigkeit und die Bereitwilligkeit, den anderen ganz anzunehmen, zu akzeptieren, so wie er nun einmal ist, den Willen zu entwickeln, um mit ihm etwas Neues zu schaffen. Die Primäremotionen, die es zu heilen gilt bei Problem mit den Eierstöcken, sind Angst und Übererregtheit, emotionale Labilität. Um diese zu heilen, führe bitte die gesamte EMT-Technik aus dem Buch die Botschaft, die eine Krankheit durch, so wie die Massage der Heilungspunkte bei den konkreten Problemen mit den Eierstöcken oder bei Unterleibsproblemen. Das war mein heutiger Impuls zum Thema, die Botschaft der Eierstockprobleme erkennen und verstehen. Wenn dir das Video gefallen hat, freut mich sehr, wenn gefällt mir. Beachte bitte auch die Infos unter diesem Video. Abonniere den Kanal für weitere Video-Updates. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Dein Nacht.